1 zu 1 wurde ausgeschaltet. Jetzt sind es nicht mehr so viele. Die erste Hilfe ist unter dir. Stimmt! Runter, diese Wichser kommt her! Schmore in der Hölle! Die erste Hilfe ist unter dir. Nimm! Oh, scheiße! Und dann wird das noch ein bisschen spätet. Dann wird das noch nicht mehr in die Leipzig. Dann wird das noch ein bisschen spätet. Jetzt wird das noch ein bisschen zu fliegen. Und dann wird das noch ein bisschen spätet. Komm schon, nicht ablassen! Aufgabe, Herr Schwerverband, schnapp ihn her! Hier kommt das Medikit-Kumpel! Halt über den Bauch! Vorsicht! Da kommen Sie! Ich bin Sanitäter, brauchen Sie irgendetwas? Ich bin Sanitäter! Brauchst du hinter? Ich bin Sanitäter! Hey, hier! Nimm das Medikit! Ich bin Sanitäter! Hier ist das Medikit! Ich bin Sanitäter! Ich bin Sanitäter! Ich bin Sanitäter! Hier ist ein Medikit! Hier kommt ein Medikit! Hier kommt ein Medikit! Ich bin Sanitäter! Ich bin Sanitäter! Das ist die erste Sippe! Schneider auf! Scheiße, Hör, Scheiß nicht einhalten! Was ist denn Rester? Kinder nicht die Hände! Ich bin Sanitäter! Ich bin Sanitäter! Also, die Hände sind in diesem Grund! Der hat sich hier einhalten! Perfektion! Nimm dir das Medi-Kit, hol's dir. 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 Nimm dir das Medi-Kit. 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 Was ist denn, Mama? Nimm das Minikin! Erste Helfermann, das lassen wir! Ressatz, Dreckzack! Stirb, Bastard! Feindliche Einheiten! Komm! Die Scheiße, wir haben feindliche Einheiten! Feindlich, Edmund! Los! Komm, Sonja, jetzt sind es nur noch fünf! Machen wir sie alle kalt! Es sind nur noch drei Männer übrig! Du Riesner, grüß gleich! Du Riesner, grüßelli! Weiter dyspublikum, du Riesner, der Kreuzfeld ist ja auch immer kommend. Das ist ja auch schon mal. Du kingdoms, ich schnauke, die Moderne ist ja schon immer noch eine Strecke. Sie ist eine Strecke. Die Strecke sind richtig zu sehen, aber nicht. Tja, wir machen's jetzt eine Strecke. Sie sind viermal. Sie sind viermal einer Strecke. Der conditionslos erstellt. In den kleinen Strecke. Untertitelung des ZDF, 2020